Hallo liebe Fußballfreunde, Thema RCFC Köln, Bundesliga 2017-2018, zweite Spieltag, RCFC Köln gegen Hamburgers V, Ergebnis 1 zu 3. Startelf, RCFC Köln, Timo Horn, Kühn, Glütener, Sörensen, Heinz Horn, Leoman, Hector, Resee, Bidgenkurt, Osako, Korotoba, Startelf, von Hamburgers V, Martinia, Rickmeyer, Paparabugalos, Mafia, Paparajai, Van Trokelen, Eketel, Walake, Hahn, Hund, Kostik, Wut. Das war's von RCFC Köln gegen Hamburgers V, 13.06. Der Windisch. Der Windisch. gonna be.